hallo und grüß euch heute zeige ich ganz was besonderes und deshalb kleine coca coli das ist die mischung mama border coli papa englischer coca spanien wenn die ausgewachsen sind schauen sie optisch so ähnlich aus wie die duck dolling red river oder wie der kleine münsterländer die kriegen schlapp ohrli aber nicht so groß wie der spanien und mittellanges haar und vor allem kriegen sie ein fantastisches wesen diese kombination spaniel mit border coli passt 1a hervorragend zusammen in meiner hand störe ich die erste hündin vor in schwarz und mit weißem brustflickerl und die hat die chipnummer heute war schon ein Tierarzt zum chippen am ende mit 06 damit man es leicht auseinander kennt aber eigentlich der züchter kennt seine hunde weil es ist doch jeder ein bisschen anders mit der weißverteilung und auch vom geschlecht her dann geht es eigentlich ganz gut dass man es unterscheiden kann da habe ich jetzt eine braune hündin aus dem wurf schwarz und schokobraun ist von der genetik her so dass das genetisch gesehen ein schwarzer hund ist schokobraun ist dann aber sehr selten dass vorkommen kann aber in dem fall ist halt einmal schokobraun dabei das ist ebenfalls ein mädchen die hat da tolle weiße brust wenn ihr euch das jetzt vorstellt als erwachsener hund und da sind wunderschöne lange weiße haare schaut das natürlich richtig toll aus die welpes sind jetzt gut für ein wochen alt in der sechsten woche da kann man schon ein bisschen erkennen dass später ausschauen werden aber natürlich ist die entwicklung noch nicht abgeschlossen weil ein küppchen schaut auch noch nicht aus wie die fertige hände sage ich gern die entwicklung dauert halt wesentlich länger aber man kann sagen sie haben keine super lange schnauze und sie haben keine super dicke schnauze also wie gesagt wir haben in unserer wurf angebot auch immer fotos drinnen von bereits erwachsenen solchen hunden dass sie alle interessenten was vorstellen können und ich kann euch versprechen die werden super klasse mittelgroß also ungefähr kniehoch ungefähr 15 kilo ein fantastisches wesen wo wirklich jeder damit umgekommen diese kombination heißt nämlich der spaniel dort ja gerne am boden schnüffeln was die leute oft nervt weil er so eigensinnig ist dadurch das fällt weg durch die border collie gene und der border collie dort eben gerne hüten oder fürs aufpassen und das fällt wiederum weg durch die spaniel gene also diese zusammensetzung der zwei hunde rassen passt einmalig wir haben das schon in mehreren würfen probiert und alle käufer waren super zufrieden weil sie so gescheit und so lieb und so schön sind als nächstes stelle ich einen rüden vor wieder in schwarz mit bisschen brust sei mit weißer brust natürlich sei chipnummer ist am ende mit 85 so kann man es wunderbar auseinander können die rüden sind natürlich klasse immer ein bisschen kräftiger wie die mädchen und rüde ist also generell unkompliziert zum holen es schadet nicht wenn man es kastriert dann hat man kein problem mit raufereien oder markieren oder irgendwas und vor allem kastraten werden in jeder hundepension gerne gesehen weil da gibt es kein problem mit die anderen hunde im zusammenleben wer sie für einen rüden entscheidet der hat sicher keine schlechte wahl getroffen und ich sage immer es gibt ja kein besseres oder kein schlechteres geschlecht das ist eine reine subjektive wahrnehmung und geschmackssache und man sollte vielleicht überlegen habe ich den hund in meinem urlaub bei meinen schwiegerütern und die haben einen schäferrüden dann würde ich vielleicht erhöhen in der zur da und je nachdem wie das leben und umfeld in eich einer familie und für die zukunft des hundes ausschaut danach sollte man seine wahl treffen das dritte geschwisterchen im wurf coca coli ist auch ein bädchen die hat die chip nummer 40 am ende und hat da auch wieder weiß bei allen welpen eigentlich dass sie eine weiße brust haben die einen mehr die anderen weniger das hat sich halt von bordercoli durchgelebt teilweise haben sie bei den fußen ein bisschen was weißes aber das ist nicht recht viel und ich denke dass sie das mit der zeit ziemlich verwachsen wird manchmal hat einer weiße schwarf spitzerl bei solcher hund ja das schaut natürlich dann putzig aus und da müsst ihr schon ein bisschen fantasie einsetzen und in die zukunft denken können wie schön dass das ist so ein glänzend lack schwarzer hund in der sonne mit weißer brust schaut echt gut aus also da kann man nichts sagen das ist jetzt der rüde mit der chip nummer 31 am ende der hat ebenfalls da wunderschönes weiß ganz lieb in dem wurf sind mehr rüden als hündinnen aber das ist in der natur manchmal so manchmal sind es mehr rüden und weniger hündinnen manchmal umgekehrt manchmal genau 50 50 es gibt aufhelfen wo nur rüden oder nur hündinnen vorkommen das sind halt die ganz natürlichen launen der natur einmal so und einmal so und ich glaube wenn man es jetzt das video anschaut und schon weiß das da wird meiner oder das da oder der gefällt mir am besten dann ist das schon klasse und wenn man die entwicklung so ein bisschen mitverfolgen kann neu geboren sind schauen so schwarze wäppen eigentlich alle gleich aus da kannst du nicht unterscheiden ist das ein cocker spaniel labrador oder ein anderer hund das typische entwickelt sich alle erst mit der zeit da muss man sich ein paar wochen zeit geben und ab sechs wochen also bald einmal kann man dann so ein bisschen einschätzen wie der hund als er wachsene ausschaut der nächste hauptdarsteller mit der nummer 19 hat auch viel weiß auf der brust und das ist zum beispiel so ein witziger mit dem weißen schwarfspitzer wie viel weiß dass das einmal wird oder wie viel höher werden wir später sehen wenn er ganz fertig ist kleiner stupsi jetzt sind wir angekommen beim brandy da brauche ich keine chipnummer mehr sagen weil der ist schon getauft und sagt hallo schöne grüße nach hause weil der ist schon ausgesucht manche familien waren ja schon da aber jetzt sind sie im alter wo man schon zu besuch kommen kann und aussuchen kommen kann und der brandy hat eine tolle zeichnung da super viel weiß hinten hat er so lustige so lustige weiße pfotterl mit spots nennt man das wenn so schwarze tupferl drinnen sind es hat natürlich nichts mit münsterländer zu tun weil ja kein münsterländer dabei ist aber die haben das auch typisch und ein weißes scharfspitzerl was ihn besonders keck und frech macht und falls ihr es jetzt gesehen habt ihr das video dass da das fehl ein bisschen ausgeschoren ist das hat der tierarzt gemacht zur markierung so das beste kommt ja bekanntlich zum schluss das ist der 45er der ist zwar schon ausgesucht aber noch nicht getauft und wenn ihr jetzt da seht ihr das rot auf seinem foto das ist nicht dass er schwer verletzt ist sondern wir haben da so einen stift zur markierung der gut hält weil beim aussuchen waren sie nicht gechippt weil der tierarzt da war und so kennt man es dann wunderbar auseinander ich zeige euch auch sehr schöne farbe große weiße brust super muster auf die pfotterl weißes schwarfspitzerl freches gesicht so wie man es sich vorstellt jetzt müssen sie noch ungefähr zwei zweieinhalb wochen beim züchter bleiben dann sind sie reisefertig kommt dann darauf an wie schnell die besitzer sich Termine ausmachen wir halten als erstes wir halten als letztes man macht üblicherweise so dass nicht alle wird man einen Tag geholt werden sonst ist das zu schock für die mutterhündin die was sie auch langsam trauen dass sie wieder ihre freiheit genießt und wieder ihren üblichen alltag dann vor dem fernseher im wachzimmer verbringen kann und sich nicht mehr um die lästigen geschraubten kümmern muss und wir zwei sagen jetzt noch tschüss baba wir sehen uns dann später wieder mal tschüss ich zeige euch auch noch kurz die mutterhündin die ist wirklich sehr lieb und sehr brav und ihr müsst euch jetzt in die situation der hündin versetzen ich bin fremd unser kameramann ist fremd einen scheinwerfer haben wir da stehen die wäppen sind im hintergrund und sie lässt es trotzdem gefallen dass sie auf meinen schoß nehmen eine zickige hündin zwickt die da gleich einmal und sagt hau ab das passt man nicht aber sie macht es ganz gut und vielleicht schaffen wir so dass sie uns ein freundliches lächeln schenkt komm Trixi schau, mach mal mit aber meine lecke interessieren sie jetzt gerade auch nicht da hebe mal deinen kopf hier und zeig her was du für hübsche maus bist du bist ja schon brav ja die Trixi ist ja so eine brav ja super hundi seht ihr euch wirklich ein freundlicher lieber hund und der papa rüde ist genauso klasse den habe ich da auf dem video nicht drauf weil der gehört nicht her ins haus aber von dem gibt es auch videos und fotos und das schickt mir natürlich die interessenten gern und jederzeit und dann sind wir jetzt wirklich durch mit dem video von heute und sagen tschüssi kowski wir sehen uns dann beim nächsten mal papa